Servus, heute tauschen wir bei Mercedes Sprinter bzw. VW Crafter baugleich das vordere Radlager. Beim Auspacken stellen wir schon eines fest. Das Radlager hat kein Loch in der Mitte wie herkömmliche Radlager. Das heißt, wir können nicht einfach mit unserer Presse oder Spindel in der Mitte durch, um das Ganze rauszuziehen. Dafür gibt es aber andere Wege. Als erstes kommt mal das Rad runter, Bremse runter, alles zerlegen, um das Radlager ranzukommen. Also das Ganze ist jetzt zerlegt. Die Spurstange muss raus, weil wir da später unser Gerät ansetzen. Das Radlager ziehen wir raus. Wie gesagt, kein Loch. Bei Mercedes wird immer der komplette Achsschenkel getauscht. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, was das Ding kostet, aber ich kann es euch gerne mal einblenden. Ist für die natürlich eine einfachere Methode. Geht schneller, kosteneffizienter ist es trotzdem, das Radlager einzeln zu erneuern, falls es defekt sein sollte. Als allererstes müssen wir die Ausziehplatte hier anbringen. Da haben wir speziell eine mit sechs Löcher, aber auch noch für vier oder fünf. Eine Alternativ. Die Postel hier ist beim Spender nicht, aber bei den ganzen Pkw oder Vitoriano hat das gleiche Prinzip von Radlager wie hier und da bräuchten wir dann die für fünf Loch. So, unser Werkzeug zum Abstützen und der Zugzylinder. So, unser Cheryl. So. 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 Also gut, das ist unser Gestell, der Rahmen quasi, mit dem wir dann das Radlager reindrücken können, nachdem wir ja nicht, wie bei anderen Radlagern, hier mit der Spindel durch können, um es reinzuziehen. Deshalb haben wir hier einen Rahmen, der geht auf die Spurstange und wo der Bremssattel festgemacht ist und damit können wir uns abstützen, um das Radlager einzupressen. Gut. Radlager ist drin. Hinten sehen wir, die Zähne haben alle schön eingeschnappt in die Rille. Hier nochmal unser Konstrukt komplett im Aufbau. Hier gehen wir auf die Spurstange. Da haben wir extra eine konische Schraube. Dann nehmen wir eine normale Brücke. Hier gehen wir auf die Bremssattelaufnahme. Und dann mit dem Zylinder auf Druck arbeiten. Und das ist für das Kompaktradlager. Die Klauen mit einer speziellen Druckbrücke, wo wir hier dann drauf gehen. Kompaktradlager werden nur über diesen Sicherungsring erhalten. Hier sieht man jetzt den zerfletterten vom alten. Das ist der von einem neuen. Das sind Klauen. Die krallen sich in den Achsschenkel rein und halten das komplette Radlager. Deswegen ist es auch wichtig, das Ganze mit Spezialwerkzeug einzusetzen, weil ansonsten schiebt der Ring sich hier runter, hängt dazwischen und das Radlager ist nicht richtig fest. Also gut, jetzt bauen wir das Ganze wieder zusammen. Und dann war es das. So tauscht man beim Sprinter ein Radlager ohne den kompletten Achsschenkel zu erneuern.